Hallo und herzlich willkommen zurück zu Portal 2 mit dem Onkel von GamerShack.at Ja, Hallöchen! Aua, ja, bist du so anhänglich holen. Ja, wir haben es geschafft. Die Lichter gedönsen wir durch. Und jetzt geht es direkt weiter. Ja, genau. Transportschächte. Ah ja, das klingt schon wieder lustig. Willkommen in Episode 4. Ja! Was spricht denn das für Deutsch? Und rin hier in den Cockpit! Juhu! Oh man, ey, was für... Man kann schon sagen, es wird jetzt langsam richtig, richtig krass knifflig. Also das ist, wow. Das letzte Level hat es gezeigt. Da haben wir sogar Überlänge gemacht müssen, weil... Da ich nicht gedacht hätte, dass ihr so weit kommt, schaffe ich diese neue Strecke nur für euch. Mir ist aufgefallen, dass ihr euch sehr nahe gekommen seid. Ich glaube, das gefällt mir nicht. Transportschächte. Okay. Dann einfach mal reinspringen, gucken, was das Licht kann. Okay. Okay. Kannst du vor den Eingang setzen? Blue, mach dich nicht lustig über Orange. Wir schweben, 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 schweben. Okay. Okay, du musst jetzt... Ich muss wahrscheinlich... Ganz schlechte Idee. Wenn ich sehe, wie ihr euch gegenseitig sabotiert, staune ich über eure Freundschaft. Muss ich da vielleicht alleine rüberfliegen? Keine Ahnung. Ach nee, geht ja gar nicht. Warte, Moment, ich komm. So. Da ich gegen dieses Dings gegenfliege... Muss ich zuerst noch. Muss du runter springen. Ja, du bist doch zuerst runter gesprungen für uns. Das war clever. Warte mal, da muss ich jetzt? So, okay. Ja, genau. Gibt's bei dir vielleicht irgendwie auch noch einen schwer roten Knopf? Äh, aber ich könnte... Warte. Kannst du irgendwie zurücklaufen in dem Portalstrahl? Ne, dann fliege ich nur runter. da hat man sogar ein ausgang geschwebt okay das ist nicht ohne ausgezeichnet ihr macht euch beide sehr gut so ja okay ich merke schon es wird heftig okay das wird richtig wenn das letzte level vielleicht noch alles verbindet ich glaube dann haben wir mehrere folgen das kann passieren ja okay cool gott die biemen mich hoch und so oder ja weiter geht's weiter geht's ich habe mir das gerede von orange angehört und weiß wirklich nicht wie du das aushalten kannst du hast eine engelsgeduld da ne sagst du du hast recht orange blöd genug in deine falle zu tappen haha du hast mir also die falle gestellt das ist klar das ist das portal da und war doch mal genau da oben hin das ist das uns wenn ich auf dem schalter stehe kannst du da drüben ein wenn sie durchlaufen ja das ist ja klar da musst du warum machst du warum machst du das ach so du kommst ja da kommst du dann überaus blöd man genau du musst hier versetzen was passiert denn da was ist wenn ich hier fliege fliege ich ins wasser alles guck mal geh achst du kommst ja nicht da drüben doch sehr gut sehr gut sehr gut aha das bin ich ah guck mal das ist das fenster ja jetzt das fenster aufmachen nein was machst du denn das fenster ist noch offen nicht auf also muss ich dich weiter hoch wenn ich dich hier versetzt ne das geht hier auch nicht doch weiter höher du wirst es doch jetzt eigentlich durch diese komische scheibe durchfliegen ja hier ist das kraftfeld genau so sehr schön warte jetzt wird sich da drüben hin oder lassen wir los machen wir das kraftfeld weg so jetzt habe ich die kugel so das ist du sie die kugel muss da drüben auf der anderen seite hin das heißt wir müssen die kugel teleportieren lassen genau so wie machen wir das am besten du musst hier du musst da rein genau 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 warte mal ähm aber wie kommt man da jetzt am dümmsten hin das heißt ja ich muss ich die kugel guck mal da drüben kannst du eins machen da eingang da drüben ausgang und dann fliegst du da weiter was ist denn wenn ich mit der kugel jetzt schuldig ich hab die gedacht ich kann die da hinschmeißen verdammt so muss man davon anfangen toll das ist wieder so dämlich gesetzt ich hab's größe höher gesetzt so so sehr schön so ich geh hier drauf kannst du da rüberschmeißen genau was wäre jetzt ja so warte jetzt kann ich ah äh onkel ja kannst du was denn rede kommst du von da drüben so so ran jetzt mal hier ist ein eingang die kugel drück nochmal auf den knopf bitte doch das funktioniert so ja ähm ich hab da einen eingang da ist so ich muss ja nicht hier draufstehen das ist ja quatsch warum musst du denn da draufstehen musst du ja nicht draufstehen doch ich muss da draufstehen warte mal wenn die kugel jetzt hier rüber macht setzt doch nochmal so hin dass das portal genau jetzt habe ich dort einen eingang sitzen warte mal jetzt bleibt mal ganz ruhig lass uns einfach mal das ist einfach mal passieren genau du hast ja keinen ausgang warte genau warte 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 komm 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 ach jetzt hat der eingang weg ja passt doch du hast jetzt deinen eingang auf der anderen Seite den ausgang genau genau ja siehste hammer boah leck mich am Arsch aber sowas von wie eingestülziert wie eingestülziert wie eingestülziert gebringt du hältst mich aus äh du hältst mich auf hehehe ich halte dich offen nehmals hat auch nie gesagt keiner sagt wenn die das sagt muss das stimmen jaaaa mch klar wenn ich könnte würde ich sie erschießen ha ha teleportier sie doch weg boah mein gott überlegt mal mit dem Tunnel mit dem Lichtschrall Blue Orange und ich sprachen eben über dein Verhalten in den letzten Tests tja das stimmt Blue werden 75 Kollaborationspunkte abgezogen warum kriege ich jetzt was hast du gemacht haha ich hab gar nichts gemacht wow mh hallo was ist das was ist das oh schräder das ist so schon richtig und vielleicht dann wie hoch kannst du mir mal äh 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 da drüben den Ausgang setzen so sieht doch gut aus ne keine so war das schon mal nix weil es das auch bringen soll das ist die frage ah doch bringt's so gleiches Spiel nochmal hier muss ein Eingang oder Ausgang für dich hier ne genau und da Windows genau okay das nicht da drüben müssen wir den Stein holen da drüben hättest du äh ich muss doch mal hochfliegen das mal kurz überlegen da gibt's doch diesen Schall da genau so äh und ich werde mir dann sobald ich bei dir durchgeflogen bin das ist genau hier muss der Tunnel dann rüber gehen ja ja ich weiß das heißt ähm das wird ja wie so ein kniffliges Ding ich muss jetzt dort einen Ausgang setzen da muss ich da rein ich glaub du musst den Tunnel machen ja du musst den Tunnel machen ja du musst den Tunnel machen hier machst du da einen Eingang oder den Ausgang so genau so so und sobald ich jetzt äh hier fliegen muss ich dort einen Ausgang hin ja alles klar und Ausgang hin mache so so wow alter fantastisch so aber jetzt du musst doch den Würfel du musst doch den Würfel auch mal irgendwie herkriegen das ist kein Problem blub blub achso du musst doch den ganzen jetzt müssen wir oh kein Problem so das gleiche Spiel nochmal jetzt machst du mal jetzt hier mal nochmal Ausgang ich fliege hoch du setzt mir dann da drüben dann den Ausgang wieder genau genau und das gleiche Spiel mache ich jetzt bei dir dann auch sehr gut ok warte 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 also was muss ich jetzt machen ich muss jetzt hier drüben meinen Ausgang setzen genau und hier dann einfach meinen Eingang und du musst dann da drüben ich setze sie da drüben in den Ausgang genau wunderbar du fliegst den hoch ich hab das jetzt immer auch mal mitgemacht und hab gar nicht drüber nachgedacht yeah ah ok wunderbar boah leckt mich doch die Sektion geil oder absolut genial zwar ist für diese Tests Teamarbeit nötig aber ich glaube nicht dass ich euch im Zweierpack vertraue darfst du auch nicht ich hab's mit der Zeit wir sind jetzt bei 16 Minuten also ich würde sagen ich hab mir noch eins sicher? na klar ich würde es ein bisschen länger dauern ich meine 16 Minuten ist jetzt schon genau 16 Minuten ist eigentlich eine gute Zeit aber wir machen noch eins ja wir machen noch eins hast doch eh 5 Wochen Zeit bis du das hochladen kannst oder 8 Wochen oder 20 Wochen geil egal ich mit meiner 16.000er Leitung verkacke eh und nur mal Telekomitee ist noch auskommt ja passt so ok ok kein Gelaber? ne wundert mich jetzt auch gerade enttäuschend ich habe leider den Anfang verpasst ich erzählte gerade der Remontageeinheit dass ihr immer menschlicher werdet jetzt macht ja das wir denken es reicht mach du mal da oben noch sicher? mach einfach mal so in der im im in der im im in der in der Hey! Hast du wieder runter geflogen? Nee, ich bin hier. Musst du jetzt? Ach, bist du hier? Okay, so jetzt können wir uns ja wieder hier rein. Jetzt könnten wir uns eigentlich hier so wieder aufhalten lassen, oder? Wir müssen hier das Teil irgendwie bedienen. Dafür müssen wir eigentlich da drüben hin. Das heißt? Ja, genau. Jetzt setzt du hierhin mal einen Eingang. Wo? Was ist denn das? Was hast du hier hingesetzt? Was ist denn das? Ist das ein Eingang oder Ausgang? Ausgang. Dann mach mal hier einen Eingang hin. Wo? Da, wo du gerade hinfliebst, genau. Ja. Stimme. Was sind Zufälle doch so alles... Ey! Ja, ist richtig so. Mach weiter. Ja, ich bin hinter dir. Ach shit, was muss ich jetzt machen? Mach mal deinen weg, mach mal deinen weg. Dann irgendwie... Dann darf ich nur einer hin. Mann! Nein! Das kriegst du halt wegmachen! Mann! So. So. Du mach jetzt mal hier... Was? Wird mal so rüberfliegen können? Dann hat man doch kein Bima gebraucht. Ähm. Na. Du musst jetzt auf jeden Fall... Du musst jetzt auf jeden Fall hier... Du hättest jetzt hier... Du hättest jetzt hier... Du hättest jetzt hier... Hättest du den Ausgang gemacht? Nee, mach doch mal. Mach einfach mal den Ausgang. Scheiße drauf. Mach du halt den Ausgang. Du kannst doch einfach so hier rüber springen. Ja. Ja, ja, nee. Doch, spring einfach. Ich bin doch auch gerade einfach so rüber gesprungen. Komm. Mach mal hier. Komm jetzt her. Okay. So. Bis da. So. Jetzt könntest du... Mach doch einfach mal hier unten den Eingang hin. Da, wo das... Hast du ja schon. Ach, doof. Warum machen wir denn da jetzt einfach so? Ach, warum machst du eigentlich immer so kompliziert? Weil's doch kompliziert ist, weil... Die Lretess nicht. Und jetzt? Mhm. Whä. Hier müsste eigentlich die Kugel her, oder? Jaaah. Wir müssten eigentlich diesen hässlichen Schalter sag mal! Haha. Äh, und der Schalter der ist? mein gott nein das war ganz kurz ach ich weiß wo der schadler ist wo war der schulner vielleicht auch noch nicht wird war nicht ganz richtig gesetzt oder so oh man oh man oh man das heißt doch noch lange nicht hast du jetzt gefangen okay so genau da muss nämlich zu mir da denkt man es zu mir so okay du musst mal weiter hochsetzen wie gesagt der muss zu mir nee hier hin wo ich meins habe ja aber ich muss es jetzt mal einfangen so lass es los mach du mal hier einen Eingang geht nicht ach doch geht nur den Ausgang wo nur ganz kurz hier machst du mal einen Ausgang oder Eingang und hier unten ja gut das reicht ja eigentlich der Quatsch so hab ich das genau du machst jetzt hier ja ich hab das Ding jetzt einfach in der Hand gehabt so und jetzt müssen wir um so du hast einfach den Scheißwürfel da reingestellt nee muss er mit reinkracheln bleib hier weiß ich ja Fuchel du hast einfach die Würfel durchlaufen so Würfel läuft gut tüdelüdelü boah nee mein Gott nein nein ich könnte so kotzen boah könnte ich kotzen gerade du machst das schon ist das genial ah dieses movement ist schön ein bisschen genau und jetzt boah ernsthaft so moment wo ist denn der hin wo 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 der muss hier her der muss da da muss der Laser hin genau da musste man den Scheiß Beamer wegmachen jetzt hat er den Würfel rausgesetzt da steht Beamer hat den Würfel jetzt nach hinten geschoben dann hat man den Scheiß Beamer weg genau weil ich muss ich muss jetzt nach da oben und ich muss da in oben ein Portal setzen dass der Laser strahlt auf dieses komische Knuffelding da geht das heißt musst du erst mal dort wo der Laser ist ein Eingang machen den Eingang habe ich ja schon hier hört man ganz kurz was bringt denn der Eingang da dort du verstehst nicht da drüben an der Wand ist Feld und das muss hier drüben dran an den Rand gehen das heißt ich muss da jetzt erstmal wieder hoch Geil jetzt so einfach hinspringen lassen oh ich komme nicht wieder am Arsch springst du den Eingang rüber? ja ich weiß alles gut oh Gott hat er den Laser wieder weggemacht da muss der Ausgang so genau jetzt springst du rüber springst du rein mein Gott, was für eine Geburt warte mal, soll ich nicht mitkommen? na klar, warte, ich komme mit das lief genau wie geplant Moment, ich komme lass bitte alles so wie es ist ja, ich mach gar nichts ich wage es nicht irgendwas zu machen oh nein wir brauchen den Laser da oben das, was ich jetzt tut, bin ich natürlich mein Ding weg warte, 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 warte nein, hätte ich nichts gemacht klar, ich muss da oben den Laser wieder einsetzen wenn er noch da ist ah klar, da müsste er noch sein mein Portal ist ja bloß weg so ja das ist aber bloß ein Problem jetzt müsstest du mir hier nochmal einen Eingang hier unten einsetzen das geht nicht, so dann muss ich nochmal runter so so ist richtig genau, da drüben müsstest du noch was setzen nee nee, können wir gar nicht du musst doch was setzen dann ach, stopp dann hältst du nee, warte mal warte mal, warte mal, warte mal, ah oh, Junge mach dich mal weg, bitte ich habe eine Idee ach, Mann so, komm raus komm raus komm raus komm raus weg vielen Dank fürs Zuschauen ja schaut bei alles unten in der Videobeschreibung verlinkt ja und wir hören uns nächste Woche bis dahin tschau ja tschau ja tschau tschau tschau